So ist es. Weil die Tiere Käse mögen. Weil sie Bock haben. Kommt her. Für die Freuds. Komm her jetzt. Olli will dich sehen. Es ist sehr kalt. Sorry, Meise. Ich musste gerade meine Hand wärmen. Alles ist abgesch- Komm her. 20 Scheiben, ey. 20 Scheiben Käse. Komm her. Nö, nö. Du musst schon hier. Komm her. Komm her, Jonny. Komm her. Ab jetzt für den Stream. Wir wollen Text-to-Speech haben. Komm her. Komm her. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jesus, Johnny, komm mal klar, dann komm auch ran, dann komm auch ran auf den Meter. Dann hol's dir ab, hol's dir ab, komm her jetzt. Hol's dir ab aus der Hand. Hol's dir ab? Ja, so. Ich muss mich setzen. Die Box ist noch an, ne? Text-to-Speech geht noch, Chat, wenn ihr was sagen wollt. Kalte Finger. 20 Scheiben sind noch drin. Was ist denn mit dir, Stefan? 20 Scheiben Käse, ich bin ein bisschen stolz gerade. Okay, darf ich euch vorstellen? Torben. Das ist doch feine Öhrchen. Ganz feine Öhrchen hast du. Habt ihr gesehen? Feine Öhrchen hatte, Torben. Komm her. Komm her. Hallo, grüß dich. Hallo, grüß dich, ne? Alles gut? Alles gut? Wir füdern gerade hier Eichhörnchen. Ja, das hatten wir auch schon. Ja, mach doch. Ja, geil. Geil, mach doch einfach. Du bist fett, ey. Du bist fettes Tierchen. Der vorne rascht uns auch, ne? Ja. Genial. Geil. Okay. Geil, du bist voll mit. 失 Hallo, hier sind Nüsse. Komm her jetzt. Na komm. Komm her. Komm her. Hier oben. Na hier. 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 Vielen Dank. 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 Eichenhorn action. Zwei Nüsse noch Leute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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